Das ist jetzt hier oben in Sölden, da kommt es einfach mit. Ich zeige euch, was wir zu tun haben und wie wir arbeiten. Ich bin heute einer, der fürs Pullifahren lebt, das taugt mir schon voll. Ich will gar nichts anderes machen und bin richtig heilfroh, dass ich in der Maschine sitzen kann. Ja Steff, den Rest haben wir eh schon die ganze obere Strecke. Was uns noch fehlt, war der Dunkel da. Das ist das, wofür ich lange umgearbeitet habe und jetzt habe ich mein Projekt und da fühle ich mich wohl. Das ist das, wofür ich mich wohl. Das ist das, wofür ich mich wohl. Das ist das, wofür ich mich wohl. Also gestern haben wir die letzten groben Schuharbeiten fertiggestellt. Wir sind jetzt schon bei der Feinarbeit. Das ist das, wofür ich mich wohl. Ich bin jetzt schon bei der Feinarbeit. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr wrist is full of watches, und wenn ihr will set them up. Und wenn ihr habt, auf der Zeit mit dem Mond, und wenn ihr wrist is full of watches, und wenn ihr will set them up.